Hallo und herzlich willkommen zu Prozent was war das noch mal Prozent Profan mit Rico Rico ist auch noch fleißig am Entschuldigen wir können ja schon mal suchen also müssen Prozent das ist wir müssen solche wir müssen der Sachen für Menschen die sich hier als Dinger getaunt Prozent 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 und 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 der Schrank steht verdächtig das Wort in der Zeitpunkt ist das war jetzt immer alles an die Lampe steht die Affenliebungsgeräusche auch ja gut es ist nicht gut diese Lampe ist echt dieser Tisch ist auch echt die Kanzlerin angeblich das bett ist echt das ist auch recht das ist nicht echt abeck doch das Luft okay als klar also das ist der Rieter zu sitzen Wort für Gerüst wird das ist der Modus für Gerüst er hat nein ein Sitzmortz das 3 Prozent zur Seite dort bei Mr. ist die hau jetzt ist es heißt sie haben geschossen echter ich habe gesagt das wird jetzt immer mal kommen je nachdem doch das Land so ich bin wieder ich bin wieder der Bernd so und wir werden jetzt in das Haus Alter mach mich nicht du Affenkind ich open die door ich kann die door nicht open ok ich bin jetzt drin ich bin jetzt ein Fass ich bin jetzt ein ich sehe mich nicht Alter entsorgt das andere Fass so dass ich merke dass du das bist wenn ich mich hier oben in den Fässern ich muss mich verstecken woanders weil wenn ich mich hier oben verstecke bei den Fässern sie sind lebendig geworden bist du da? kannst du wieder zuken? jetzt bin ich drauf ich bin voll an der Kammer ich bin voll an der Kammer ich bin voll an der Kammer ah er hat mich nein er hat's scheiß Herz auf ihn gekriegt hallo oder mit dass wird das kacke dr so aus der Fayette das hat es zu tun und wie kommt man aufs Hausweißer die ganze Welt ist zumindest die Prozent der Basis ein weiteres Lampen das ist Tarnedill Warte mal das probierst du das war ja der ist so eine kleine Puppe die sieht auch ähnlich aus jetzt ist das so ein Top-Pier wenn man so ein kleines Ding hat mehr als Autokrappel da oder sie sind in Karpassel gut ist denn entdeckt das ist ein Verstecker es ist auch als Kloster als Kloster die Kloster steht nicht überall es steht das hast du denn überall Kloster stehen zwei Minuten fünfzig dort die Straßenlatern durch die Strecke jetzt Sitz der Sitzkart Puppe Jo alter der Geld noch ein Prozent Leben der Trächtigkeit überlebt er hat er Prozent auch hier so klein und so weniger Leben hier kommt es so der Ernst ich bin immer noch krank durch das ist nur ein Tag noch mein Gott sei Dank jetzt ist es die Strecke wir wissen wir sind zusammen wenn es mal losgehen haben jetzt alle gefunden ein das Baby ist immer noch da immer das ist letzter das ist ein bisschen witzig aus wenn die läuft die kleine Puppe guck mal die Slider und bleibt Oh sie macht Abgang alles für die Strecke ist doch da was ein Blimpfisch Jo Bruno ist wieder da Jaa Oh jetzt will er raus ich muss meine Katze auslässt das Fertig er guckt in meine Ecke da wustet ich wo ich bin was, don't be gay? äh nee, der macht das gut Baby! hier wo für und ist ja und wir heißen der Junge das ist ja wohl um ich steckte da das ist Ah, f*** mich. Move, little baby, move. Oh, Luca. Wettler, es kommt gleich. Shut up! Easy. You are a little babe and you are alone. Now you move! Run away! Easy. 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 Ich bin auch dran mitzudenken. Und ich wollte mal. Böse Zeit. Sockemeer Böse sind. Das ist ehrlich. Das ist nicht ganz so schwierig. Zweitens. Ach, du hast nix, das ist halt nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber jetzt ist das nicht so gut, dass das nicht so gut liegt. Und die ganze Zeit wird knapp. Das ist so gut, dass das nicht so gut geht. Ich bin ein bisschen dran mitzudenken. Ich bin ein bisschen aufgedreht. ich kann nicht mir kann man nicht dass das das säge das ist was so gut ist als Waffe vielleicht die Pump-Action oder so hier ist schon einer gestorben ich bin am Wasserhahn also der Stuhl der Stuhl er ruft dich doch er ruft als sie ist es wird gekocht das ist ja ein Star-Junger ich kann nicht den Teeble warum kann so wird er mit zwei Händen auf dem Ausdruck wird der Tor wie heißt der MC Legend ist das MC Legend PL Game alles geleistet ich darf mich so überall draufballern hat er gesagt ich kann das aufheben so alle richtige Profis hier man sieht's eindeutig man könnte ja theoretisch auch so aber wie testet man ob ob die Waschmaschine ob man nicht eine Waschmaschine ist zum Beispiel weißt du weil die kann man ja nicht bewegen mit Rekord ja bist du da Warriors bist du es ist es da ist er Mojörn ich glaube der Schrank ist einer und lass mal draufknüppeln der Fall ist genau ist so gut anders will der Kultus ein Gehörstnips gekillt Jo ich nicht ich hab die ganze Zeit Dosen aus dem Regal gerissen die verpackt sind die findet halt niemand Rampolren auch vor uns die dicken Kinder machen ich weiß schon was ich mich als was ich mich verkleidet ich verkleid mich als Soda Flasche Nein ich als Frank ich bin Bett ich bin die Flasche jetzt bin ich die Flasche die die Witte die Lampe und ich stack oh nein ich bin frei nein ich bin stumm Alter wirst du froh ich bin ich bin ich habe es die Loppe Loppe Storow seit wo ich 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 bin ich bin ich bin erlaubt er kommt bei der Ecke liegt bei der Flasche Hacke was da oben drin ist, da ist ein Hula-Hula-Puppe drin Wo ist denn eine Hula-Hula-Puppe drin? Loll da! Ja, ja, es ist! Loll! Alter, komm mal, da komm mal 100 Pro irgendwie hin oder es ist einfach nur so, ja ist halt da, komm mal hin Wie? Teil nicht mit dem Back oder so Der liegt doch genau neben dem, oder? So, die Lampe läuft einfach so über den Hof Ist halt safe So, wir machen noch machen noch einen runter Ah, geil! Alter, die Map ist kacke, das tut es, ey! Ah, nee! Wir müssen hier verstecken! Jo, das ist es so Probier zu Das ist halt Das hat halt Das hat halt Das hat halt Das hat 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 Sie geben Einfach Oh Alter, die Bauer! Hab halt, easy hat die Zinn der Ursprung der und hat die Fäße ich nehmen ja das war das Problem daran hat man okay das war es läuft okay es läuft nicht er lebt noch viele keine ahnung wie ist nur der bär also ist ein bär okay es ist kein so machen wir doch noch einen kann man sich jetzt autobuchen ich will doch gar kein ja ich bin jetzt auch ich bin Autohilfe ich bin jetzt auch so ich habe es zu traurig ich möchte es ist es war klar es wird klar alter Schäfer macht sich einfach die Bisschen Dose oder das ist der Fall der Latternfall Kupfer ein bisschen guck ich noch ein bisschen guckst du gegen den Fall ich schätze noch wenn ich hier in das Ding reingehe die Schreie immer noch gerade ich stehst doch gerade und so ist er hat nur schweiglich hier in die Kampfer ein Leben hat es keiner da das war noch der Schmuss hat es in Gebäude zu vermitteln die Sitzung der letzte die Sitzung ja die Mülltonne was er kommt ob ich irgendwo zwischen die Felsen Prozent reinrennen kann zu ihnen da geht es das jetzt kommt einer raus dass gerade ein Auto wirst kommt und sie macht da ja ich wollte ich wollte halt guck mal mit dem Auto ist so durchgekandelt und das ist im Haus ein kleid vorhin es ist der Ballert hat die Mülltonne du bist zählt wird seine Waffe bis zur Vorlesung ich sehe die durch die Wand die Schilder hatte dann niemals in Dokument selbst wenn das sie die kleine Flasche das ist das ein Stück für sich nicht groß das ist es ist die Flieger bis zu tun das 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 Master Kacke Jürgen Wettel ich mit der Bar mit fädlich ist die Folge fürs erste die Siebeste Teil alles klar dass Offizoneg spielt Okay, wir enden jetzt die Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.